Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer neuen Folge Tizian Bauernhof. So, es sind natürlich sehr, sehr gute Tipps und Kommentare wieder reingekommen bezüglich auch, dass ich mir eine Lambe-X machen soll und die Bäume weghauen soll. Sehr, sehr schön, freut mich immer sowas zu lesen. Jedoch werden wir glaube ich eher uns heute aufmachen und ich muss mal hier noch ein paar Fackel mitnehmen. Wir werden uns aufmachen und das einmal da rein, sehr schön. Wir werden uns aufmachen und ein bisschen Iron Farmen gehen, weil wir da echt ein bisschen wenig momentan haben. Und ich habe auch einen Kommentar gelesen, dass ich ja nicht abernten darf, wenn ich das Safe-Game rausgebe. Ey, ihr kriegt diesmal ein Safe-Game, wo abgeerntet ist. Ist doch nicht schlimm. Das macht doch nix. Da könnt ihr euch doch mal, da könnt ihr denn quasi jetzt die Anlage, nachdem sie abgeerntet ist, komplett so neu bepflanzen, wie ihr es möchtet. Ist das nicht auch was Schönes? Doch, ich finde das auch cool. Guti, dann haben wir das. Genau, ich will noch ein bisschen Iron mitnehmen. Und eigentlich hätte ich auch gerne eine Tool Forge dabei, die ich denn... Ah ja, guck mal, Iron haben wir, dass ich hier mein Werkzeug reparieren kann. Und eine Tool Forge... Das heißt, wir werden uns mal schnell eine neue craften. Und zwar brauchen wir dafür einmal ein Pattern, ein blankes, ein blank Pattern. Das kommt hier rein und das kommt da hin. Dann haben wir eine weitere Tool Forge, die wir dann zum Abminern gebrauchen können. Wie gesagt, ich will ein bisschen Minern gehen heute. Und auch Minern möchte ich... Ich möchte drüben Minern gehen, in der richtigen... In der... In der tiefen Mine. Und das war letztens... Stimmt, da war letztens auch ein Kommentar, dass ich den Enddrachen noch töten soll. Genau, ich soll den Enddrachen noch töten und danach RF Tools installieren. Genau, das war ja auch noch ein Kommentar. Oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikro gekommen. Das war ja auch noch ein Kommentar. Und da habe ich ja darauf geantwortet, dass ich das... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon beantwortet habe oder alles. Ich bin mir echt nicht sicher. Aber auf jeden Fall habe ich ja gar nicht darauf geantwortet, dass ich ja noch gar nicht weiß, wo das End ist. Beziehungsweise... Ja, ich weiß ja nicht, wo das End ist. Und auch, dass wir jetzt da das eine Mal Silberfische gefunden hatten. Das ist kein Zeichen dafür, dass da das End ist, weil Silberfische kommen auch im tiefen Gebirge vor. Das ist ganz normal. Also von dem her wird das auch nichts. Ich habe hier nur zehn Weizen drin. Wie kommt das denn? Wo ist denn das ganze Weizen? Da müsste ja nicht viel, viel mehr drin sein an Weizen. Warte mal, das muss ich mal ganz kurz eruieren, warum da nur so wenig Weizen drin ist. Da müsste doch viel, 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 viel mehr Weizen da sein. Oh, guck mal, du bist hier stehen geblieben? Ah, das ist dein Problem, wa? Die Anlage ist nicht im Betrieb gewesen. Okay, na dann, ist ja alles gut. Dann werden wir mal rüberfahren oder rübergehen. Je nachdem, was gerade da ist. Wenn da natürlich eine Lore da ist. Doch, da ist eine Lore. Ich bin mir jetzt aber nicht gerade ganz, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, super. Dann haut sie einfach ab, die Lore. Gut, dann hüpfen wir halt. Da habe ich keine, doch habe ich, die Slimeboots habe ich an, aber bei dem kleinen wenig Gipfel, was ich hier mache, bringt das natürlich nicht so viel. Ja, dann werden wir jetzt schön mal ein bisschen was minern gehen. Ich glaube, wir haben auch eine, wir haben eine ziemlich große, ziemlich große Weite eingestellt. Das heißt, da werden wir jetzt ordentlich was wegräumen drüben im Gebirge. Können ordentlich mal ein bisschen wieder was rausholen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen. Was war denn noch so ein Kommentar? Noch ein weiterer Kommentar war, warum ich denn oder seit wann ich denn nicht mehr mit Shaders spiele. Und der hat mich ein bisschen verwirrt, der Kommentar, weil darüber haben wir eigentlich sehr, sehr lange, sehr, sehr viel, sehr, sehr häufig gesprochen. Und denn sowas zu lesen, ist halt ein Zeichen dafür. Ja, weiß ich nicht. Das macht mich irgendwie so ein bisschen nicht traurig, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass ich so einen Kommentar lesen muss, weil ich habe es auch selbst in der Folge, wo wir aufgehört haben, mit dem Shader zu spielen, gesagt, dass ich den Shader ausschalte, wegen dem, wegen Tinkers Construct, dass halt Tinkers Construct funktioniert. Das fand ich ein bisschen, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, so einen Kommentar lesen zu müssen. Aber okay, das ist, man, ich, vielleicht verlange ich da auch einfach zu viel. Ich fand es halt, ich fand es halt schade, sowas lesen zu müssen. Gut, wir werden jetzt endlich mal hier ein bisschen, hier machen wir uns jetzt mal einen großen Gang rein, würde ich sagen, ne? So einen richtig großen Gang. So, das packen wir mal da hin, dann können wir nämlich immer gleich hier schön eine da hin knallen. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen immer hochschauen beim Zerschlagen, damit wir, wieso habe ich eigentlich, ach, okay, das ist nur dreimal hoch, das ist gar nicht, das ist gar nicht so richtig 5x5, sondern es ist immer dieses, immer dieses, immer dieses, dieses Kreuz, ne? Was jetzt zerlegt. Aber cool. Ja, ist eine gute Idee, das so zu machen. Da ist natürlich, der, der Drill von RF Tools ist da um einiges krasser, ne? Wobei, mal abwarten, bis wir den Hammer hier so richtig hochgeputscht haben, dass er noch Mining Speed draufkriegt und so weiter und so fort. Da kommt dann auch noch ein bisschen was dazu, glaube ich. Es darf hier kein Wasser entgegenkommen, weil dann stehen wir erstmal, dann stehen wir im, dann stehen wir im Regen. So, was ist hier passiert? Warum ist es so stehen geblieben? Ich glaube, das war, das war der eine, der noch über war, ne? Dann nehmen wir das mal weg. Oh, da sind Silberfische. Siehste? Ich wusste doch, irgendwas ist hier, irgendwas ist hier faul. So, noch mehr Silberfische. Silberfische können nämlich auch andere Silberfische spawnen lassen, aus anderen Steinen heraus. Und da ist noch einer. Gleich dafür sorgen, dass, oh, hier kommen jetzt noch mehr raus. Wie gesagt, das ist, das kommt, weil, weil das hier alles Dings ist, weil das Gebirge ist, tiefes Gebirge. Deswegen kommen hier so viele Silberfische vor. Das hat nichts damit zu tun, dass hier ein Endportal ist oder sonst irgendwas. Leider. Also wir sind auch, um das nochmal zu zeigen, wir sind in einem Biom, das sich nennt, wo sind wir, wo sind wir, wo steht das? Extreme Hills heißt das Biom. Das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht sehen, weil ich da mit meiner Kamera vorsitze. Aber ich habe nochmal extra geguckt über F3. Wir sind in Extreme Hills und ja, einfach mal bei Dings lesen, auf den Gamepedia nochmal nachlesen. Da steht das nämlich auch, dass das halt die kleinen Scheißerchen auch im Extreme Hill vorbeikommen. Nicht nur bei den, nicht nur bei den, wie heißt das? Nicht nur bei den, ne? Nicht nur bei Dungeons. So, das sehen wir mal weg, dass wir hier durchgehen können. Kohle nehmen wir auch gerne mit. Können wir, eigentlich können wir Kohle immer gebrauchen. Ich hoffe mal, dass wir ordentlich viel Iron zusammen bekommen, ne? So ein ganzer Stack wäre schon, wäre schon cool. Ah, sie ist jetzt mein Hammer zerbrochen. Das legen wir mal, das war zu viel. Dann wollen wir das einmal da drauflegen. Dann haben wir den Hammer wieder repariert. Oh, 18 haben wir erst. Okay, das ist natürlich jetzt noch nicht so viel. Aber wir werden noch, wir werden noch ein bisschen was finden, hoffe ich. Vor allen Dingen ist es jetzt ja auch dadurch, dass wir hier so nicht gerade kleine Löcher machen. Sieht man ja auch sehr, sehr viel, ne? Wo was sein könnte. So ein richtiger, richtiger großer Bohrkopf quasi. Das einzige, was ein bisschen störend ist, ist halt immer, da ist noch Kohle rausgefallen. Ist halt, dass links und rechts so ein bisschen was stehen bleibt, ne? Links und rechts und oben sozusagen. Aber guck mal, jetzt haben wir hier einen Wassereinbruch. Wobei jetzt ist das gerade extrem cool, dass links und rechts was stehen bleibt. Aber jetzt kann ich ja dadurch das hier auffüllen und dadurch den Wassereinbruch stoppen. Da ist auch Iron gerade. Da wollen wir natürlich rüber, sobald das Wasser weg ist. Sehr schön. Das holen wir alles mit. Das nehmen wir alles mit. Hier ist auch nochmal wieder Wasser. Das macht aber nichts. Da kommt das davor. Da ist jetzt mal eine Höhle. Das ist auch interessant. Da wollen wir mal schauen, was wir aus dieser Höhle rausholen können. Außer Wasser. Da kommt auch schon wieder Wasser. Beziehungsweise ist es gar keine richtige Höhle, ne? Das ist einfach nur so eine kleine, ja wie soll man das sagen? Also es ist keine Höhle. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, ne? Ja, dann kriegen wir so einen kleinen Versatz hier reingebaut. Das ist ganz cool. Das machen wir mal. So, dann können wir nämlich auf diesen kleinen Versatz immer, auf jeden Fall da wo Steine sind, immer schön die Fackeln draufstellen. Ey, den haben wir vorher gehabt, ne? Dann hätte ich hiermit das Ding, das ist genau die Form, wie wir jetzt den Dings gebaut haben, wie wir den Tunnel gebaut haben. Das ist exakt die Form, glaube ich, oder? Naja, vielleicht nicht ganz, aber das kommt schon ziemlich dicht dran, muss man ganz ehrlich sagen. So, wir holen das da oben mal raus. Da werden wir jetzt zwar wieder zwei Fackeln wegfliegen, aber Eisen ist Eisen, ne? Und wir haben dann auf jeden Fall schon mal alles abgesucht. So, ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen mehr Platz in meinem Inventar bekomme. So, auch das lassen wir auch stehen. Dann nehmen wir das nur so ein bisschen hier an der Seite weg. Ich gönne mir mal einen kleinen Hubser. Wir lassen mal ein, zwei lassen wir mal stehen. So, ne? Ja. Wir lassen dann ein bisschen was stehen, dass wir hier noch ein bisschen, dass wir noch so ein bisschen Wände dazwischen haben, sozusagen. Wo wir dann auch Licht dran bringen. Ich will ja hier keine großen, keine großen Räume erzeugen, die irgendwie in irgendwelchen, wir wollen ja keine großen Extreme Hill Räume erzeugen. So. Ich will ja eigentlich nur so ein bisschen Eisen meinen, ne? Das mal hier rein. Einmal den Hammer repariert. Oh, bis jetzt. 29 erst. Das ist noch nicht so viel, ne? Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Mal schauen, dass wir hier noch ein paar Adern finden, ohne dass uns jetzt androhend das Werkzeug kaputt geht. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch gleich wieder auf den Fluss kommen. Hier sind wieder Silberfische drin. Ansonsten wäre es nicht stehen geblieben. Da sind Silberfische drin. Definitiv. Ganze Familie. Habt ihr sie gehört? Da waren sie drin. Definitiv. Ah, die kleinen Scheißerchen. Kommen wir jetzt hier langsam mal wieder ans Wasser ran. Hier müsste das irgendwann, da schon mal Kies, wobei das nicht so schlimm ist. Ja, da ist Wasser. Alles klar, dann können wir hier auch schon wieder einstellen. Da kriege ich nichts dran. Das heißt, das machen wir mal so und so. Tschüss. Einmal. Oh, das war einer zu viel. Den wollte ich da nicht ran haben. Ich wollte nämlich hier eine Fackel ran heften, dass man mal ein bisschen was sehen kann. Wie gesagt, da sind auf jeden Fall Silberfische drin. Das lassen wir in Ruhe. Zwei will ich da lassen. Pass mal auf, wir gehen nochmal ein bisschen weiter hier rein. Mal gucken, wo wir jetzt noch hier hinkommen. Das ist echt. Man nimmt unheimlich viel auseinander. Es sind zwar jetzt auch unheimlich viele Steine, die ich jetzt mit mir rumschleppe, die wir wahrscheinlich alle gar nicht brauchen. Also definitiv nicht brauchen. Aber es ist schon mal cool, wie viel wir hier raus wuppen können aus der ganzen Geschichte. Das ist echt nice. Oh, jetzt kommen wir hier wieder ein bisschen an Erde ran. Das heißt, hier wäre das bestimmt irgendwann gleich vielleicht ein bisschen feucht. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, siehst du, da kommt schon wieder Wasser. Aber das ist Wasser, was in der Höhle drin ist. Das heißt, wir machen das mal zu. Und okay, da ist ein kleiner See, ne? So wie das aussieht. Da haben wir einen kleinen See. Können wir mal hier Licht hinsetzen? So ein bisschen was sehen. Ist da irgendwo Iron? Ne, nicht, dass ich es sehe. Nicht, dass ich es sehe. Okay. Wir können mal in die andere Richtung gehen. Wir werden mal hier zu dieser Seite rüber gehen. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Hoffentlich wieder nicht so viele Silberfische. Silberfische sind echt ätzend. So, zack. Einmal da wieder Licht dran. Da auch Licht dran. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Das ist echt cool mit dem großen Hammer zu minern. Jetzt müssen wir hier mal schauen. Ja, ich habe den Exquerader dabei. Das heißt, wir könnten hier auf jeden Fall mal die größeren Sandmengen mal ganz kurz damit wegschaufeln. Das ist natürlich. Ah, okay. Da kommt natürlich immer mehr von oben runter. Ich hoffe, dass es nicht allzu tief ist hier mit der Erde und so. Ich muss mal daran denken auszuleuchten. Ja, da kommt noch wieder ordentlich was. Ah, so viel Erde hier. So viel Erde. Jetzt ist die Dings auch kaputt gegangen, der Exquerader. Okay, dann müssen wir es mal durchtauschen, beziehungsweise einmal Rapperino machen. Ich höre einen Zombie. Aber nicht hier einmal in Gang, ne? Ne. Was ist das da gewesen? Achso, da war noch Kohle. Nice. Die nehmen wir natürlich mit. So, lass mal schauen, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen weiter reingehen. Beziehungsweise hier erstmal die Decke so ein bisschen wegnehmen. Okay, das ist genau die richtige Höhe, stelle ich gerade fest. Da müssen wir mal einen hinsetzen. Was ist da denn rausgefallen? Flint. Ich glaube, da ist Flint rausgefallen, ne? Kann ich Flint aufnehmen, bis wir, kann ich durchtauschen, bis wir Flint haben. Ja, jetzt haben wir Flint gekriegt. Ich war gerade am überlegen, nochmal nach dem, nach den Tastaturkürzel, wie man ganz viele Items auf einmal aus der Tasche rauskriegt. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Ihr habt es zwar auch über die Kommentare geschrieben. Das habe ich auch gelesen, aber wie gesagt, schon wieder vergessen, leider. Da haben wir ein bisschen, da haben wir doch ein bisschen Kohle. Das wollen wir doch mitnehmen. Die lassen wir uns doch nicht entgehen, die gute Kohle hier. So, das nochmal mit. Und das hier auch nochmal einmal komplett raus, alles. Alles klar, die haben wir mitgenommen, definitiv. So, dann mal gucken, wie weit wir jetzt hier noch kommen. Was uns doch hier wartet. Wir werden auch morgen auch noch ein bisschen minern, jetzt wo wir gerade hier im Berg drin sind. Vielleicht nicht mehr allzu lang, weil mir ja Eisen ausgeht momentan. Das heißt, mein Eisen, mit dem ich reparieren kann, vielleicht haben wir, da oben haben wir auch keins mehr. Ist halt sehr, sehr, eine sehr, sehr schlechte Marge, muss man ganz ehrlich sagen. Für 29 Eisen habe ich jetzt 10 Eisen ausgegeben. Ist nicht so wunderprächtig, muss man ganz ehrlich sagen. Da muss es noch andere Wege geben, die günstiger sind. Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass mein Werkzeug halt noch nicht so bombastisch gut ist. Okay, hier ist auch nichts. Können wir da noch ein bisschen weitermachen. Ah, guck mal, da oben ist wieder Eisen. Siehst du, wenn wir davon sprechen, dass hier nichts ist. Oh, da unten ist auch alles voll mit Eisen. Oh, wir müssen mal unbedingt reingehen. Da unten geht das ganz tief rein. Was haben wir hier hinten so? Ich muss mal hier eine Fackel aufstellen. Da unten ist Eisen und ich komme noch nicht runter. Das ist ganz schön tief, glaube ich. Das ist richtig tief. Also wenn ich da jetzt runterspringe, das, ja, wird wehtun auf jeden Fall. Aber kann ich das hier irgendwie abbauen, dass ich das trotzdem bekomme? Auf jeden Fall hier mit einer Spitzhacke. Und mit Glück springt mir, springt mir das, wenn ich das abbaue, in die Tasche. Ne, doch nicht. Das hier? Das ist ja. Einen habe ich gekriegt. Okay, vielleicht gucken wir, dass wir da runterkommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir es nicht mehr heute, sondern wenn dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.